Hallo und herzlich willkommen zu diesem Präsentationsvideo von TAXMETAL zum Thema Anlagenbau und Sondermaschinenbau. Mein Name ist Maximilian Bomm von der Firma Vector TAX. Ich zeige Ihnen heute einen Ablauf aus dem Projektgeschäft, davor schauen wir uns aber noch die Stammdaten an. Ich möchte Ihnen also erst einen kurzen Überblick über unsere Software TAXMETAL geben und Ihnen da noch einen typischen Ablauf zeigen, wie er aussehen könnte. Das Ganze ist auch mit Timestamps versehen, das heißt, wenn Sie nur einer der beiden Teile interessiert, können Sie auch direkt dahin springen. Fangen wir also an mit einem Blick in die Software. Das hier ist das Hauptmenü von TAXMETAL, so sieht das Ganze aus, wenn man das beim ersten Mal startet. Navigiert werden kann sowohl über diese Kacheln hier in der Mitte, als auch über die Baumstruktur hier an der linken Seite, als auch, wie man das bei Mündungsprogrammen kennt, hier oben über diese Menüleiste. Sortiert ist das Ganze nach der Häufigkeit der Daten, wie oft man diese eben benötigt. Hier im Bereich der Firmendaten haben wir die Daten, die sich eigentlich weniger oft verändern. Dann den Mandantenstamm, TAXMETAL ist nämlich mehr mandantenfähig und auch die Ländertabelle, TAXMETAL ist mehr sprachenfähig, wo eigentlich nur sehr selten etwas Neues ergänzt werden muss. Wir haben hier aber auch so Punkte wie den Personalstamm und die Kostenstellen, wenn also neue Mitarbeiter in den Betrieb kommen oder neue Maschinen in den Betrieb genommen werden, die dann auch hier drin erfasst werden können. Im Bereich der Stammdaten haben wir dann die Daten, die sich ein bisschen häufiger verändern, wo auch öfters mal was Neues dazu kommt. Das sind zum einen Interessenten, die hier neu erfasst werden können, neue Kunden, die hier gepflegt werden, Lieferanten, die hier auch gepflegt werden und auch der Artikelstamm, der sich hier befindet. Im hinteren Bereich haben wir dann unsere ganzen Bewegungsdaten. Das sind zum einen die Auftragsabwicklung, das ist das Bestellwesen, das ist die Lagerverwaltung, Produktion inklusive der Reklamationsbearbeitung, die sich alle hier in den hinteren Menüpunkten befinden. Ich möchte Ihnen mal so eine typische Maske aus TAXMETAL zeigen, anhand vom Personalstamm. Die Masken in TAXMETAL sind nämlich alle relativ ähnlich aufgebaut. Wir haben hier oben eigentlich immer diese Menüleiste, wo wir auch die gleichen Symbole dann finden werden. Die Pfeile hier, mit denen navigiert werden kann und zum ersten und letzten Datensatz gesprungen werden kann. Ein Druckmenü, wo Auswertungen aufgerufen werden können und auch Datensätze ausgedruckt werden können. Wir haben das grüne Plus, mit dem immer neue Datensätze hinzugefügt werden können. Das rote Minus, mit dem Datensätze gelöscht werden können. Das grüne Häkchen, wenn man was zum Abspeichern hat, was sich unter F8 befindet, um Datensätze dann abzuspeichern. Die Lupe für die Suche, Kopierfunktion gibt es hier auch, diesen Schrank für die Doku-Tasche, mehr dazu später. Und die F1-Hilfe, wo noch so ein paar Tipps hinterlegt sind. Die F1-Hilfe kann auch mit eigenen Dokumenten dann gefüllt werden, wenn man da irgendwas hat. Die wichtigsten Daten sind eigentlich immer hier oben. Alle weiteren Felder sind dann hier unten. Im Personalstamm wäre das zum einen die Personalnummer. Wir haben dann aber auch Daten wie Vor- und Nachname, damit wir den jeweiligen Mitarbeiter auch identifizieren können. Der Farbcode an dieser Stelle hier ist ein bisschen was Besonderes. Der wird für den gemeinsamen Terminkalender in Tagsmitteil verwendet. Der gemeinsame Terminkalender befindet sich hier an der linken Seite. Der kann dafür genutzt werden, um Termine für bestimmte Mitarbeiter einzutragen oder auch für mehrere Mitarbeiter einzutragen. Dafür wählt man einfach den entsprechenden Mitarbeiter aus, macht einen Doppelklick dahin, wo der Termin sein soll und hat ihn dann eingetragen. Anhand der Farbe hier an der linken Seite kann man dann direkt auch erkennen, für wen der jeweilige Eintrag ist. Ansonsten haben wir hier im Personalstamm diese ganzen Felder hier unten. Typische Felder, die man hier an der Stelle dann erwarten würde. Aber auch einige Sonderfelder, die Sie potenziell gar nicht benötigen und auch gar nicht ausfüllen müssen. In dem Fall ist das hier zum Beispiel eine Spindnummer, die ist hier in meinem Musterunternehmen nicht relevant, deswegen habe ich das Feld nicht ausgefüllt. Generell gilt, Sie müssen nur die Felder ausfüllen, die für Sie auch relevant sind. Relevant können auch die Felder sein, die Sie hier oben dann in der Suche finden wollen. Die Suche in Tagsmittal gibt Ihnen immer die Möglichkeit, neben der eigentlichen Personalnummer, hier auch nach freiwillbaren Parametern dann zu suchen, die auch kombiniert werden können. Das heißt, es könnte nach einem Vor- und Nachnamen gleichzeitig gesucht werden oder es kann auch nach Teilbegriffen gesucht werden. In dem Fall suche ich zum Beispiel alle, wo irgendwo die Kombination GA drin vorkommt. Oder wenn ich hier GA eingebe, alle, wo GA drin vorkommt. Diese Parameter können wie gesagt auch kombiniert werden. Es können hier alle Felder ausgewählt werden, die sich irgendwo auch in den Masken dann befinden. Neben dem Personalstamm möchte ich auch einmal ganz kurz einen Blick hier in die Kostenstellen werfen. Kostenstellen sind für uns in Tagsmittal dann PPS-Kostenstellen, also die Maschinen. Zum Beispiel diese Bandsägemaschine hier, die man dann benötigt, wenn man später seine Arbeitspläne aufstellen möchte, beziehungsweise seine Laufkarten für die Fertigung dann. Die Maschinen können hier entweder mit frei gewählten Maschinenkosten hinterlegt werden, in dem Fall hier Maschinenkosten pro Stunde von 4,24 Euro. Das Ganze kann aber auch, wie man es aus dem Buch vielleicht kennt, einfach kalkuliert werden. Tagsmittal errechnet dann die Maschinensätze. Als letzten Punkt, wenn wir schon über Kostenstellen sprechen, könnte man hier nochmal die Tätigkeiten erwähnen, die dann zusammen mit den Kostenstellen und den Mitarbeiterzeiten dann die Kalkulation ergeben. Mehr dazu dann aber auch später. Einen letzten Punkt möchte ich hier noch ansprechen, das sind die Firmentabellen. Firmentabellen. Die Firmentabellen in Tagsmittal sind die ganzen Menüpunkte, die eigentlich viel zu klein für was Eigenes sind, die aber trotzdem irgendwo mal hinterlegt sein müssen. Mehrwertsteuerschlüssel, Lieferbedingungen, Versandarten, Versandkasten. Alles so kleine Bausteine, die man dann an mehreren Stellen im Programm benötigt, die aber wie gesagt einmal irgendwo zentral abgespeichert sein müssen. Werfen wir als nächstes einen Blick in die Stammdaten. Stellen in den Stammdaten verwalten wir vor allem unsere Adressbereiche. Genauer gesagt unterscheiden wir in Tagsmittal vier verschiedene Adressbereiche. Das sind zum einen die Interessenten, die wir hier in der Akquise verwalten. Unsere Kunden, die wir hier im Kundenstamm verwalten. Hierbei sollte vielleicht erwähnt werden, dass Sie nicht zwischen Interessenten und Kunden trennen müssen. Sie können auch alle in den Kundenstamm abspeichern. Wir haben hier dann noch die Lieferanten, die wir im Lieferantenstamm verwalten und alle weiteren Adressen, die Sie vielleicht hinterlegen wollen, vielleicht Steuerberater oder so, die würden Sie hier in den Adressen dann hinterlegen können. Die wichtigsten sind an der Stelle, würde ich sagen, der Kundenstamm und der Lieferantenstamm. Wir können ja auch mal einen Blick in den Kundenstamm werfen, so sieht der dann aus. Wir kennen hier oben auch die vertraute Menüleiste, wo noch einige Funktionen dazu gekommen sind. Was Ihnen vielleicht auch schon aufgefallen ist, ist hier, dass die Postleitzahl grün hinterlegt ist. Das soll einfach nur mal mein Beispielplatzhalter dafür sein, wenn ich ein Feld als Farbfeld definiert habe. Wir haben in Taktmitteil nämlich die Möglichkeit, Farbfelder und Pflichtfelder zu definieren. Farbfelder sind in dem Fall mit einer frei gewählten Farbe. In dem Fall hier die Postleitzahl, die einfach grün hinterlegt ist. Die mir als demjenigen, der hier Daten erfassen soll, einfach einen visuellen Hinweis auf wichtige Felder geben soll. In dem Fall wäre das hier die Postleitzahl. Es können auch Pflichtfelder definiert werden. Pflichtfelder wären dann Felder, die zwingend ausgefüllt sein müssen, damit ein Datensatz abgespeichert werden kann. Ansonsten bekommt man da eine Fehlermeldung. Also eine Meldung, die man sich frei auch wählen kann, wo dann drinstehen könnte, Postleitzahl muss noch ausgefüllt werden. In dem Fall habe ich hier aber nur ein Farbfeld definiert. Auch hier gilt wieder, es müssen nur die Felder ausgefüllt werden, die für Sie relevant sind. Im Bereich der Lieferadressen und weiteren Anschriften können dann auch weitere Adressen erfasst werden, die für den Kunden interessant sind. Das wären abweichende Lieferanschriften, Absenderanschriften für eventuelle Streckengeschäfte, die Sie mit dem Kunden durchführen, oder auch abweichende Rechnungsanschriften, wenn die Verwaltung vielleicht woanders sitzt. Und wenn die eine Adresse nicht ausreicht, können Sie hier unten in der Tabelle noch beliebig viele weitere ergänzen und entsprechend anhaken, welche Art von Adresse das Ganze ist. Lieferadresse, Absenderanschrift oder Rechnungsanschrift. Ich möchte hier an der Stelle noch auf das Kundeninformationscenter einmal ganz kurz eingehen. Das Kundeninformationscenter finden Sie dann auch als Lieferanteninformationscenter im Lieferantenstamm und als Artikelinformationscenter im Artikelstamm. Das Ganze wertet Ihnen so gesehen einfach nur die verschiedenen Belege aus, die zu dem jeweiligen Datensatz dann gehören. Das heißt, alle Angebote, die zu dem Kunden gehören, alle Aufträge, die für diesen Kunden geschrieben wurden, alle Rechnungen, die für diesen Kunden geschrieben wurden, auch mit der E-Werling-Rechnungsposition, das Ganze auch mit Datumsfilter. Und eben auch Pendant-mäßig für den Lieferantenstamm und auch für den Artikelstamm. Der Lieferantenstamm sieht eigentlich recht ähnlich aus wie der Kundenstamm. Auch hier haben wir wieder die Möglichkeit, verschiedene Adressbereiche zu definieren, verschiedene Lieferadressen uns zu hinterlegen, Ansprechpartner zu verwalten, die wir hier bei den verschiedenen Lieferanten angelegt haben. Wir haben auch wieder das Lieferanteninformationscenter in dem System. Und wir hätten hier auch die Möglichkeit, artikelspezifische Preise bei dem Lieferanten schon zu hinterlegen. Die könnten aber auch im Artikelstamm dann jeweils hinterlegt werden. Das geht also an zwei Stellen. Gleiches gilt auch für kundenspezifische Verkaufspreise, die entweder beim Artikel im Artikelstamm hinterlegt werden können oder beim jeweiligen Kunden dann im Kundenstamm. Lieferantenerklärungen bzw. Lieferantenlangzeiterklärungen würden dann auch im Artikelstamm verwaltet werden und nicht hier im Lieferantenstamm. Kommen wir jetzt zum Ablauf, warum klinkt mein Handy? Egal, lasse ich laufen. Kommen wir jetzt zu dem Ablauf, den ich Ihnen gerne zeigen möchte. In diesem Ablauf soll es sich um eine neue, nachhaltige Recyclinganlage drehen. Diese Recyclinganlage soll aus vier Komponenten bestehen. Zum einen aus einem motorisierten Container zum Sammeln des Gemischgutes. Danach brauchen wir ein Fördersystem. Dieses Fördersystem soll das Ganze dann in den eigentlichen Sortierer transportieren. Der Sortierer sortiert das Ganze dann eben in kleinere Container mit Rollen. Zuallererst führen wir deswegen erstmal eine Machbarkeitsanalyse durch. Diese Machbarkeitsanalyse wollen wir dann bereits mit Datensätzen in Tagsmetall verknüpfen. Damit wir das auch machen können, wechseln wir hier in die Projektverwaltung und legen ein neues Projekt an. Dafür klicke ich hier oben auf das grüne Plus und vergebe erstmal ein Kürzel. In dem Fall ist es der Code RZYKL1. Das ist eine Recyclinganlage. Und diese Recyclinganlage soll dann gefertigt werden für die Rat und Tat GmbH. Das Ganze speichere ich jetzt ab. Dieses Projekt werden wir dann später bei unseren ganzen Belegen angeben, Angeboten, Aufträgen und so weiter, damit die dann hier mit diesem Projekt dann verknüpft sind. Zusätzlich haben wir hier dann jetzt auch noch die Projektdokutasche für dieses Projekt, wo wir dann die Dateien unserer Machbarkeitsanalyse eben verknüpfen könnten. Fotos, die wir vielleicht geschossen haben von der Halle, wo diese Anlage dann installiert werden soll. Erste CAD-Zeichnungen, Word- oder PDF-Dokumente, Videos, die wir aufgenommen haben, alles Mögliche. Die Struktur ist an der Stelle hier frei wählbar. Dateien vom Server können hier dann mit Datensätzen in Taxmetall verknüpft werden. Diese Dokutasche ist dann eben hier nicht nur für das Projekt, die haben wir dann auch immer in den jeweiligen Belegen. Weitere typische Anwendungsfälle dafür sind dann zum Beispiel Zeichnungen, die im Artikelstamm dann verknüpft werden, oder irgendwelche Zeugnisse, die mit den jeweiligen Belegen dann verknüpft werden. Nachdem wir das Projekt dann angelegt haben, wollen wir auch das Angebot für den Kunden dann direkt schreiben. Dafür verlassen wir die Projektverwaltung und gehen hier oben in die Angebote. Mit Plus legen wir ein neues Angebot an und wählen den Kunden aus, für den es geschrieben wird. In dem Fall auch wieder die Rat und Tat GmbH. Zuallererst wechseln wir dann hier in die Information und hinterlegen das Projekt, damit dies dann auch hinterlegt ist. Es war hier R-Zykel 01, R-Zykel 1 für unsere Recyclinganlage. Wir wechseln hier zurück in den Adressbereich und tragen hier dann einfach nur Recyclinganlage ein. Wir müssen nämlich keinen Artikel anlegen, um das Ganze erstmal zu kalkulieren, da wir ja noch gar nicht wissen, ob wir den Zuschlag bekommen. In dem Fall können wir uns den Artikelstamm dann auch etwas kleiner halten. Die Recyclinganlage, die wir jetzt auch abgespeichert haben, wollen wir dann als nächstes kalkulieren, damit wir auch auf einen Preis kommen, zu dem wir dann anbieten können. Dazu klicken wir hier oben auf die Kalkulation. Die Kalkulation in TaxMetall ist eine Zuschlagskalkulation, wo wir anhand der Summe der Produktionskosten, der Summe der Materialkosten, zusätzlichen Kosten, die entstehen, auf Gesamtkosten kommen, die dann mit Verwaltungsgemeinkosten dann Selbstkosten ergeben. Mit einem Gewinnzuschlag kommen wir dann auf unseren Listenverkaufspreis im Endeffekt. Wir können auf zwei Arten kalkulieren, entweder detailliert mit Arbeitsplänen, Materiallisten, Stücklisten eventuell, wenn wir haben und nicht mit Materiallisten arbeiten. Oder wir können auch erstmal für dieses erste Angebot in die Frei-Soll-Kalkulation gehen, wo wir eine einfache Kalkulation durchführen können. Hier können wir jetzt hier unten bei Bezeichnungen einmal reinschreiben, Produktionskosten, die wir in Höhe von 5000 Euro erwarten, sowie Materialkosten, die wir hier in Höhe von 40.000 Euro erwarten. Das Ganze speichern wir dann einmal ab. Diese beiden Positionen haben wir dann jetzt hinterlegt. Und in der Übersicht der Kosten sehen wir hier jetzt in der Summe der Produktion und der Summe der Materialien, die von uns in der Freund-Soll-Kalkulation geschätzten Werte. Das Ganze könnte jetzt natürlich im Angebot auch schon, wie eben schon erklärt, mit einem Arbeitsplan oder einer Materialliste oder Stückliste auch befüllt werden, um auf genauere Produktions- oder Materialkosten zu kommen. Da wir noch etwas daran verdienen wollen, geben wir uns noch 10% Gewinnzuschlag und kommen dann im Endeffekt auf einen Listenverkaufspreis von ein bisschen unter 70.000 Euro, zu dem wir diese Maschine dann anbieten wollen. Das Ganze speichern wir dann einmal ab und geben es zurück. und kommen dann hier auf unseren ermittelten Preis von 68.000 Euro und 684 Euro. Das Ganze speichern wir dann einmal ab. Dieses Angebot können wir dann jetzt noch mit einem Vorlauftext und einem Nachlauftext weiter ergänzen. Wir können hier in der Personalnummer hinterlegen, wer dieses Angebot geschrieben hat. In dem Fall bin das ich. Und können uns das Ganze dann in der Vorschau auch anschauen. So sähe dann dieses Angebot aus. Wie gesagt, wir können es jetzt noch weiter befüllen mit Anfragenummern, Telefonnummern und so weiter. Diese Vorlage hier kann natürlich auch Ihren Wünschen nach entsprechend angepasst werden. Wichtig ist auf jeden Fall, wir haben in dem Fall hier ein Angebot, was wir unserem Kunden jetzt ausdrucken können, zumailen können oder eben auch per Post zuschicken lassen können. Falls dieses Angebot dann noch weiter bearbeitet werden soll, gibt es auch die Möglichkeit, das Ganze nach Word zu übergeben. Es geht hier oben auf Extras und dann kann es eben in Word noch weiter bearbeitet werden, gerade wenn Sie große Angebote schreiben oder die Angebote eben noch weiter formatieren möchten und Ihnen diese Vorlage da an dieser Stelle nicht ausreicht. Wenn Sie dann den Zuschlag erhalten, kann das Angebot in einen Auftrag übernommen werden. Sie brauchen also keinen neuen Datensatz anlegen, sondern können hier oben einfach das Angebot in einen Auftrag übernehmen. Wir klicken also hier oben einmal auf dieses Symbol und bekommen dann die nächste freie Auftragsnummer vorgeschlagen. In dem Fall ist es der Auftrag Nummer 1660. Ich klicke dann einmal auf OK und die ganzen Daten aus dem Angebot werden dann in den Auftrag übernommen. Wir haben hier dann jetzt auch schon direkt die Möglichkeit, die Auftragsbestätigung für den Kunden dann auszudrucken und ihm zukommen zu lassen. Nachdem wir die Auftragsbestätigung dann versendet haben, ist die Konstruktion als nächstes dran, die diese Maschine dann jetzt eben konstruieren muss. TaxMetall bietet dafür CAD-Schnittstellen zu allen gängigen CAD-Programmen und es gibt auch eine Schnittstelle zu GAP. Es gibt uns also die Möglichkeit, dass wir unsere Artikel, die wir im CAD-Programm verwenden, direkt in den Artikelstamm in TaxMetall laden können. Inklusive der ganzen Baugruppen und Stücklisten. Ich würde hierfür dann jetzt einmal diesen Artikel noch einmal rauslöschen und würde dann den Artikel, den ich vorbereitet habe, hier einfügen. In dem Fall ist das die Recyclinganlage, die mit der Artikelnummer 100 beginnt. Ich habe, wie gesagt, das Ganze schon einmal vorbereitet, da die Stückliste, die dahinter steckt, doch ein bisschen größer ist. Ich speichere das Ganze einmal ab und die Stückliste wird eingefügt. Ich mache einen Rechtsklick, Stückliste, Stückliste anzeigen. So könnte das Ganze dann aussehen, wenn es vom CAD-Programm importiert worden ist. Das Ganze funktioniert dann eben auch mit wachsenden Stücklisten, wenn die sich also erst nach und nach aufbaut. In dem Fall ist die jetzt aber schon komplett vorbereitet. Ich habe hier also meinen Sammelcontainer, bestehend aus mehreren Flachprofilen, die da so eine Halterung bilden sollen und dem motorisierten Hebewerk. Das sollen alles Kaufteile sein, die ich fertig kaufe und das Ganze noch zusammenbaue. Ich habe hier das Fördersystem, was aus verschiedenen Kaufteilen besteht und noch Flachprofilen für Rahmen und Gestänge und so weiter. Den eigentlichen Sortierer, der auch nochmal eine Unterbaugruppe hat für die Verkleidung. Genauso wie den Quadratsammelcontainer, der auch nochmal eine Unterbaugruppe hat. Damit wir hier jetzt noch mit arbeiten könnten, müssen wir die Stückliste noch einfrieren. Einfrieren bedeutet dann an dieser Stelle, dass die Stückliste lokal für diesen Auftrag nochmal kopiert wird. Das heißt, wir haben die eigentliche Stückliste, die im Artikelstamm hinterlegt ist, die dann das Muster ist. Dieses Muster kopieren wir jetzt für diesen Auftrag und könnten es nochmal anpassen. Hieße also, wenn wir wüssten, dass wir nicht drei Quadratsammelcontainer benötigen, sondern zum Beispiel fünf benötigen würden, könnten wir das an dieser Stelle für diesen Auftrag spezifisch anpassen, ohne die eigentliche Hauptstückliste eben zu verändern. Und beim nächsten Mal hätten wir dann auch wieder drei Quadratsammelcontainer an dieser Stelle angegeben. Die Stückliste ist hier jetzt mit dem Auftrag verbunden und als nächstes wäre der Einkauf dran, der jetzt die verschiedenen Materialien für diese Recyclinganlage bestellen muss. Bevor wir unser Material bestellen, wollen wir aber erstmal Fertigungsaufträge ableiten. Dazu klicken wir hier oben auf die einfache Bedarfsliste. Das ist dieser rote Einkaufskorb. In der einfache Bedarfsliste wählen wir dann hier oben Fertigungsaufträge aus. Hier bekommen wir jetzt alle Fertigungsaufträge angezeigt, die wir erstellen können. In dem Fall wählen wir den Quadratsammelcontainer aus, den Sortierer, das Fördersystem und den Sammelcontainer groß. Das sind unsere Oberbaugruppen gewesen. Wenn ich jetzt hier oben auf Fertigungsauftrag generieren klicke, erstellt ihr mir einen Fertigungsauftrag, in dem diese vier Positionen drin sind. Ich könnte natürlich auch für jede einzelne Baugruppe hier einen einzelnen Fertigungsauftrag generieren. Diesen Fertigungsauftrag möchte ich mir dann auch direkt aufrufen. Dazu gehe ich hier einmal raus, gehe auf die Suche und habe dann hier unten meinen Fertigungsauftrag für die Rat und Tat GmbH, in dem ich dann den Sammelcontainer habe, das Fördersystem, den Sortierer und auch den Quadratsammelcontainer klein mit den Rollen. Hier gehe ich dann in die einfache Bedarfsliste und kann dann die Materialien für diesen Fertigungsauftrag bestellen. Das Ganze läuft an dieser Stelle dann immer auftragsbezogen. Die einfache Bedarfsliste löst also die Stücklisten auf, schaut in meinem Lager nach, wie viel ich noch auf Lager habe und schlägt mir dann vor, wie viele umgebucht werden sollen und wie viele nachbestellt werden müssen. Ich kann mal zum Beispiel diese Rollen hier nehmen. Davon habe ich anscheinend noch sechs in meinem freien Lager, die ich für diesen Auftrag also verwenden könnte. Habe eine Fehlmenge von negativ 46. Taxmetall schlägt also vor, sechs für diesen Auftrag umzubuchen und Verpackungsanheiten zu bestellen. Diese Rollen kaufe ich immer in Verpackungsanheiten zu einer gewissen Anzahl. Gleiches gilt hier unten auch für diese Profile, sodass mir vorgeschlagen wird, ich soll 50 Stück bestellen, damit ich meinen Bedarf an Rollen dann eben hier erfülle. Um hier die Fälle noch ein bisschen genauer zu erklären, Lagerfrei sind einfach frei verfügbare Teile, die ich noch im Lager habe, zum Beispiel sechs Rollen. Lagerauf sind alle Teile, die jemals für diesen Auftrag reserviert wurden, historisch betrachtet. Auf Aktuell sind dann diejenigen, die immer noch für diesen Auftrag da sind, die aber noch nicht verbaut wurden, damit ich also hier unterscheiden kann, wie viele ich schon für diesen Auftrag reserviert habe und wie viele ich schon verwendet habe. Bestellt und Bestelltfrei sind, denke ich, relativ selbsterklärend. Bestellt ist die Anzahl, die ich bestellt habe. Freibestellt wäre eine neutrale Anzahl, die ich bestellt habe, die ich dann auch schon im Bestellvorgang für diesen Auftrag reservieren könnte und vormerken könnte. In diesem Fall wollen wir jetzt diese ganzen Materialien einmal bestellen, könnten hier jetzt noch den Lieferanten auswählen, bei dem das Ganze bestellt werden soll. Ich klicke hier oben einmal auf Alle, damit mir alle Positionen markiert werden und kann dann jetzt auch schon bestellen. Ich habe hier die Möglichkeit, auch Bestellanfragen zu generieren, das wäre der blaue Warenkorb hier oben. Ich möchte aber Direktbestellungen auslösen, deswegen klicke ich hier oben auf den roten Warenkorb und sage einmal Ja. Ich bekomme jetzt hier noch ein paar Hinweisfelder für die Neutralmengen und hier rechts an der Seite wurden mir jetzt die Bestellungen erzeugt, das sind die Nummer 370 bis Nummer 376, die ich mir an dieser Stelle dann jetzt auch anschauen könnte. Hier sind jetzt die verschiedenen Teile drin, die ich bei dem jeweiligen Lieferanten dann bestellen würde. Die Daten an der Stelle kommen dann schon aus dem Artikelstamm, so dass die Bestellung, nachdem ich sie einmal kontrolliert habe, schon fix und fertig ist, um rausgeschickt zu werden. Wir sehen dann auch hier jetzt an den grünen Zahlen, an den Fehlmengen, dass wir keine Fehlmengen mehr haben und bei dem bestellten bzw. reservierten dann, wie viel wir reserviert haben und wie viel wir bestellt haben für diesen Auftrag. Im nächsten Schritt würden wir dann warten, dass diese Teile geliefert werden, damit wir sie dann einbuchen können. Dazu verlassen wir den Fertigungsauftrag und wechseln dann hier auf Lagerservice. Wir klicken hier auf Lagerbuchung und wählen dann Lagerbuchung aus Bestellungen. Ich habe mir jetzt noch gemerkt, bzw. dadurch, dass das hier ein Beispiel ist, sind die Bestellungen mit der Nummer 370, das ist der Gummireifen, bis zur 376 hier unten diejenigen, die wir einbuchen müssen. Ich hacke hier also die, die mir geliefert wurden, einmal alle an. Könnt ihr hier noch die Mengen anpassen, kann das hier alles nochmal überprüfen und klicke dann hier oben auf den grünen Haken, um die ganzen Teile, die ich bestellt habe, dann auch in mein Lager einzubuchen. Die sind eingebucht und wir sehen hier unten dann auch immer, dass es sich um eine automatische Einbuchung mit Auftragsbezug handelt. Das heißt, sie wurden direkt dann für den Auftrag reserviert. Hier wäre dann auch der Ort, wo mit Seriennummern zum Beispiel gearbeitet werden könnte. Hieß er also, wenn Sie Teile haben, die mit einer Seriennummer gekommen sind, die hier eingepflegt werden sollen, können die auch hier in den Lagerbewegungen abgehandelt werden. Wir haben hierfür nicht nur die Lagerverwaltung Intax Metall, dafür gibt es dann auch nochmal spezielle Lager-BDEs, wo das Ganze dann auch ein bisschen einfacher ist. Das hier ist so gesehen dann der Weg, wenn wir in der Software bleiben wollen. Nachdem die ganzen Teile dann im Lager sind, ist die Fertigung als nächstes dran. Hier könnte dann, ich wechsle gerade einmal wieder in unseren Hauptauftrag, das war dieser hier. Hier könnte jetzt mit der Fertigung angefangen werden, das heißt, über die verschiedenen Teile könnte dann jetzt eben gearbeitet werden, das Material ist vorhanden, die Zeiten sollen aber irgendwie noch in unser ERP-System kommen. Dafür haben wir dann verschiedene BDE-Möglichkeiten, das gibt es sowohl als Software-BDE, als auch als Tablet-BDE, über die dann die verschiedenen Mitarbeiter sich die Laufkarten digital aufrufen können, oder die Laufkarten natürlich auch ausgedruckt werden können, damit dann die produktiven Zeiten, die sie in der Fertigung haben, auch in Taktmetall landen, damit sie dann eine Nachkalkulation durchführen können. Die Nachkalkulation würden sie dann an der Stelle aber auch nicht in dem Hauptauftrag machen, sondern hier in dem Fertigungsauftrag, immer für die jeweilige Maschine, die ja eine einzelne Position hier drin ist. In dem Fall könnten wir uns zum Beispiel mal die Kalkulation für den Sammelcontainer anschauen. Damit sie dann noch ein paar Eckdaten für die Kalkulation haben, schauen wir uns einmal noch mal die Stückliste an. Die Stückliste für den Sammelcontainer waren hier also verschiedene Flachprofile und das motorisierte Hebewerk. Für die Produktion haben wir dann hier den Auftragsbegleitschein, das ist jetzt die Papierform, den gibt es eben auch als digitalen Auftragsbegleitschein in der Takt-BDE-App, der dann so aussehen könnte. Der ist hier relativ simpel gehalten, Rüsten der Maschine, Sägen, Montieren und die Qualitätskontrolle. Die hier durchgeführt wird. In der Kalkulation können wir uns das Ganze dann einmal gegenübergestellt anschauen lassen. In dem Fall haben wir dann hier Werte aus der Produktion erhalten, über die BDE sind dann die Arbeitszeiten reingekommen, wo wir sehen, dass wir günstiger produziert haben, als wir ursprünglich kalkuliert hatten. Und auch beim Material konnten wir dann im Einkauf einiges im Gegensatz zu dem kalkulierten Preis aus der Stückliste dann sparen. So dass wir hier insgesamt 1500 Euro gut gemacht haben, sogar noch in der Produktion. Das Ganze könnten wir dann eben nicht nur für den Sammelcontainer machen, sondern könnten das auch für den gesamten Auftrag dann durchführen. Irgendwann ist dann der Zeitpunkt gekommen, wo die Anlage gefertigt ist und danach ausgeliefert werden kann. Dazu können wir hier aus unserem Hauptauftrag dann auch einen Lieferschein erstellen. Das geht hier oben über diesen Menüpunkt. Das ist dieses blaue Blatt mit dem roten Korb, wo wir dann hier diesen Auftrag in einen Lieferschein übergeben. Im Lieferschein ist dann auch direkt hier die Projektnummer vorgetragen. Der Lieferschein geht dann hier über die Recyclinganlage. Falls wir jetzt nicht nur eine Anlage ausliefern würden, sondern vielleicht mehrere, könnten wir an der Stelle auch Teillieferscheine erstellen, indem wir ganz einfach die Anzahl anpassen würden. Nur da es jetzt keinen Sinn macht, 0,5 Stück an Recyclinganlage auszuliefern, mache ich das in dem Beispiel jetzt mal nicht. Mehrere Lieferscheine können dann natürlich auch zu einer Sammelrechnung zusammengefasst werden. Eventuell andere Informationen, die Sie für die Versandabwicklung benötigen, zum Beispiel eine Packstückverwaltung, können Sie dann auch hier im Lieferschein dann verwalten. Hier unten könnten Sie dann also Ihre Packstücke verwalten. Wie auch in allen Belegen gibt es hier dann auch die Doku-Tasche, was Ihnen eine weitere Möglichkeit geben würde, das Ganze dann durchzuführen. Falls Sie Montagearbeiten durchführen, könnten Sie dafür nicht nur den Lieferschein verwenden, sondern auch noch die Service-Schein-App. Die Service-Schein-App gibt Ihren Mitarbeitern dann die Möglichkeit, hier Zeiten zu erfassen, wenn Sie dann vor Ort sind, in einen Serviceauftrag. Der Serviceauftrag kann dann in Taktmetall auch wieder eingelesen werden und dann zusätzlich abgerechnet werden, sodass dann hier auch nicht mehr mit Zetteln gearbeitet werden müsste, sondern die Daten aus einer App papierlos direkt in Ihr ERP-System fließen könnten. Zu guter Letzt wollen wir das Ganze dann auch noch abrechnen. Dafür klicken wir dann hier oben auf Rechnung erstellen. Könnten hier dann eben noch weitere Lieferscheine zusammenfassen. In dem Fall habe ich jetzt aber nur den einen Lieferschein über die Recyclinganlage und klicke hier dann auf OK. Hier ist dann jetzt meine erstellte Rechnung. Alle Parameter wurden dann schon aus dem Auftrag und aus dem Lieferschein zusammengetragen, dadurch, dass wir das Ganze verknüpft haben. Ich kann mir also hier jetzt dann in der Vorschau die schon fertige Rechnung anschauen, kontrolliere sie also noch einmal und schicke das Ganze dann raus. Falls dann irgendwann bei der Maschine bedauerlicherweise irgendwann mal was kaputt geht oder ein Ersatzteil benötigt wird, können wir auch ganz einfach einen Ersatzteil-Auftrag erzeugen, basierend auf der Stückliste. Dafür wechseln wir dann hier nochmal zurück in den Auftrag. Im Auftrag legen wir mit Plus einen neuen Auftrag an und wählen auch wieder den Kunden aus, für den wir das Ganze erstellen, die Rat und Tat GmbH. Hier fügen wir dann jetzt aber keinen Artikel ein, sondern machen einen Rechtsklick und sagen Stücklistenpositionen einfügen. Wir suchen uns hier unsere Recyclinganlage raus und bekommen jetzt die gesamte Stückliste angezeigt. In dem Fall können wir jetzt hier navigieren und die relevanten Teile auswählen. In dem Fall könnten wir zum Beispiel sagen, dass einer der Quadratsammelcontainer kaputt gegangen ist und übernehmen diesen Artikel dann hier jetzt in unseren Auftrag. Und ab diesem Zeitpunkt handelt es sich auch wieder um einen ganz normalen externen Auftrag, so wie wir ihn eben auch schon erstellt haben. Das heißt, wir könnten diesen Quadratsammelcontainer, wenn wir wollten, jetzt nochmal neu kalkulieren, könnten auch einfach einen Preis angeben, Fertigungsaufträge ableiten, Material dafür bestellen, über die BDE dann Fertigungsdaten, wenn wir die aus der Produktion dann haben, einlesen und so weiter und so fort. Wichtig hier ist dann eben die Verknüpfung zu der Stückliste. Das heißt, die Stückliste, die schon in TaxMetall war, bietet für uns dann die Grundlage hier, ein Ersatzteil anzubieten. Wenn unser Ablauf dann jetzt hier abgeschlossen ist, können wir uns das Ganze in der Projektverwaltung auch nochmal detailliert anschauen. Wir haben hier also unser Projekt, die Recyclinganlage und können hier dann nochmal gesammelt uns anschauen, die Angebote, die wir geschrieben haben, in dem Fall war das nur eins, die Aufträge, die wir erteilt haben, die Rechnungen, die dazu geschrieben wurden, die Lieferscheine, die dazu erstellt wurden, sind alle hier in diesem Projekt gesammelt, sodass wir die zentral auch nochmal aufrufen können. Das wäre so der Ablauf. Ich möchte Ihnen noch zwei, drei Menüpunkte einfach hier drin zeigen, die auch noch interessant sein können. Das ist zum einen die Terminübersicht. Die Terminübersicht bietet uns in TaxMetall die Möglichkeit, Auswertungen über unsere laufende Produktion zu fahren. Dafür haben wir hier die Möglichkeit, verschiedene Parameter zu setzen, zum Beispiel, dass wir uns alle Aufträge über alle Positionen anzeigen lassen können, alle Positionen, die für einen bestimmten Kunden sind, Dinge, die vielleicht diesen Monat fertig sein müssen, und so weiter und so fort. Das Ganze können wir dann auswerten und können uns dann hier über die ganzen anderen Menüpunkte, Auftragsfortschritte zum Beispiel, anzeigen lassen über unsere laufende Produktion eben. Ein weiterer interessanter Menüpunkt ist dann hier die Systemverwaltung, Quatsch, ist hier in den Zusatzmodulen, Entschuldigung, das Business Cockpit. Das Business Cockpit bietet uns die Möglichkeit, uns eigene Dashboards zu bauen. Stichwort wäre hier dann eben Business Intelligence, was uns eben dann einfach die Möglichkeit gibt, verschiedene wichtige Kennzahlen, die wir in unserem System haben, uns einmal grafisch darstellen zu lassen. Dafür gibt es hier oben dann auch schon vorgefertigte Auswertungen. Wir können aber auch theoretisch, wenn man SQL-affin ist, eben eigene Auswertungen schreiben und die sich hier drin dann anzeigen lassen. Zu guter Letzt möchte ich dann noch hier in der Auftragsabwicklung auf die Statistik eingehen. Die Statistik ist so gesehen dann das Grundmodul, die, äh, naja, Grundmodul ist vielleicht das falsche Wort. Zu guter Letzt möchte ich hier dann noch auf die Statistik eingehen. Die Statistik ist das Ganze eher in tabellarischer Form. Ist also im Rahmen von Business Intelligence Auswertungen oder grafischen Auswertungen wäre das Business Cockpit interessant. Wenn es um reine Zahlen oder Tabellen geht, die irgendwie ausgewertet werden müssen, ist die Statistik der eigentliche Anlaufpunkt. Hier sind dann eben auch die Auswertungen, die man für halbfertige Erzeugnisse benötigt, Intrastattmeldungen und so weiter und so fort. Also klassische Auftragslisten, Auftrag zu Umsatz und so weiter, ABC Analysen, die befinden sich dann eher hier in der Statistik und dann eben nicht im Business Cockpit. Das war dann jetzt doch ein etwas umfassenderer Überblick über Taxmetall und die verschiedenen Funktionalitäten. Wenn Sie noch weitere Fragen haben oder sich das Ganze auch nochmal auf Ihr Unternehmen spezifisch angepasst, dann präsentieren lassen möchten oder auch anschauen möchten, können Sie sich jederzeit bei unserem Vertrieb melden. Vielen Dank für Ihr Interesse.